Du liebst deine Katze und möchtest ihr das so oft es geht zeigen? Das ist völlig in Ordnung, wenn du einige wichtige Punkte beachtest. Gerade wenn du deine Katze gern auf den Arm nimmst, solltest du jetzt gut zuhören. Denn es gibt Situationen, in denen du das keinesfalls tun solltest. Erstens, wenn Katzen gestresst oder ängstlich sind. Katzen sind von Natur aus territoriale Tiere und mögen es nicht, ihre persönlichen Grenzen überschritten zu bekommen. Wenn sie gestresst sind, können sie versuchen zu flüchten oder sogar kratzen und beißen. Es ist wichtig, die Körpersprache der Katzen zu beobachten. Wenn sie sich zurückziehen, den Schwanz aufplustern, die Ohren nach hinten legen oder fauchen, sollte man sie in Ruhe lassen und ihnen genügend Raum geben, um sich zu beruhigen. Zweitens, wenn die Katze Schmerzen hat oder verletzt ist. Katzen verstecken oft ihre Schmerzen und zeigen sie nicht offensichtlich. Wenn sie sich unwohl oder verletzt fühlen, kann das Anheben und Tragen allerdings zusätzlichen Stress und Schmerzen verursachen. Wenn die Katze an bestimmten Stellen berührungsempfindlich ist, sollte der Tierarzt aufgesucht werden. Drittens, wenn die Katze gerade gefressen hat oder kurz davor steht zu essen. Katzen sind oft sehr fokussiert auf ihre Mahlzeiten und können gestört oder irritiert werden, wenn sie währenddessen hochgehoben werden. Außerdem sollte man Katzen nicht direkt nach dem Fressen hochnehmen, da sie erst in Ruhe verdauen müssen. Stell dir vor, wie jemand nach dem Essen auf deinen Bauch drückt. Unangenehm. Schließlich sollten Katzen niemals grob oder unsanft hochgenommen werden. Katzen sind empfindliche Tiere und ihr Körperbau erfordert eine gewisse Sorgfalt beim Tragen. Es ist wichtig, die Katzen mit beiden Händen zu stützen und sie behutsam und sanft zu behandeln. Grobes Hochheben kann zu Verletzungen oder Unwohlsein führen und das Vertrauen der Katze beeinträchtigen. Möchtest du jetzt noch wissen, was du im Sommer bei deiner Katze unbedingt beachten solltest? Dann schaue dir jetzt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Und dann schaue dir jetzt das Video an, was du im Sommer bei deiner Katze beeinträchtigen.